Jo Leute, was wir heute auf jetzt bekommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und somit herzlich willkommen zu einer neuen Reaktion. Ich reagiere heute auf das neue Lied von Takumi und Yuchi und zwar Afraid. Kam heute raus und ja, ich bin mal sehr gespannt, wie das Ding wird, was da kommt. 3 Minuten 12 haben wir. Ich würde sagen, wir starten da auch direkt mit nach dem Intro. Bis gleich. So, ich würde sagen, wir labern auch nicht so lange, sondern starten direkt rein. Gewinnen. Seit Tagen isolieren wir drin, ey. Seit Tagen isolieren wir drin, ey. Fühl mich einsam und weiß nicht wohin. Fühl mich einsam und weiß nicht wohin. Geh die Zeit zurück, sag mir, kennst du's auch? Alle Dinge im Leben, sie nehmen in deinen Namen. Ey, sie nehmen in deinen Namen. Geh die Zeit zurück, sag mir, kennst du's auch? Alle Dinge im Leben, sie nehmen in deinen Namen. Sie nehmen in deinen Namen. Sag, warum meinst du noch an mir? Also, first things first. Geiler Start, auf jeden Fall. Geiler, geiler Start. Stimmlage von Tarkumi. Sehr, sehr geil auf diesem Beat. Kommt sehr, sehr geil rüber. Und auch jetzt gerade dieser Übergang zu Yuuchi war auch sehr, sehr geil. Aber den muss ich mir auch nochmal anhören. Der war einfach zu clean. So, gerade in dem Leben, sie nehmen in seinen Namen. Sie nehmen in seinen Namen. Sag, warum meinst du noch an mir? Oh, auch hier wieder der Übergang. Sehr, sehr geil. Also, die beiden Übergänge plus den Start am Anfang in den Partlern und so. Sehr, sehr geil. Aber die Übergänge feiere ich gerade bisher am meisten. Vor allen Dingen, Tarkumi und Yuuchi kommen auf diesem Beat sehr, sehr geil. Kommen sehr, sehr geil rüber. Es macht echt Spaß, das Ding gerade zu hören. Ich muss auch mal ganz kurz sagen, ich gehe ja nie so auf diese Cover und so ein. Aber schon geiles Cover, muss man sagen. Ist schon geil. Das ist auf jeden Fall, ist schon wild auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. sie nimmt in seinem Land Girl, ich denk dir mal nach und wessen fucks ich hab geht es über die mir doch in seinem Herz kein Platz und ganz egal, was noch kommen mag, ja ganz egal, was noch kommen mag es war kein schlechter Mensch, dann kann's die Engel erkennen und alle Menschen überhaupt als Säulen in der Hölle verbrechen Dreh die Zeit zurück, sag mir erkennst du's auch alle Dinge im Leben, sie nehmen in seinen Land ey, sie nehmen in seinen Land Dreh die Zeit zurück Also die Hulk Bei der Hulk hätte ich vielleicht noch, äh, weiß ich nicht hätte man vielleicht gucken können, dass man Yuchi da auch rein holt in die Hulk wäre auch wahrscheinlich sehr, sehr böse gekommen aber von der Stimmlage her ist die Hulk so, was jetzt, äh, part-hook mäßig angeht die Hulk tatsächlich gerade für mich zum Hören einfach geiler als, äh, die Parts so, wenn ich gerade ehrlich so weil, irgendwie, die Parts sprechen mich jetzt persönlich nicht an also jetzt so gerade vom Hören ich muss vielleicht noch ein, zwei Mal hören und dann werde ich wahrscheinlich auch miese zu den Parts abgehen ähm war natürlich, war natürlich nur ein kleiner Joke aber, ne, Parts generell, so, ne die Jungs, die machen das schon echt geil so, ne, von daher da kann man eigentlich wenig, äh, dran rummeckern die machen das schon echt gut und, ja, ich muss auch sagen die Parts, gut ich, ich, ich muss es mir vielleicht tatsächlich nochmal anhören werde ich auch sowieso, weil Support ist kein Mann aber, ähm, ja ich glaube für die Parts gut, kann auch sein, dass das jetzt so bei mir so ist weil, ich muss ehrlich gesagt sagen trotz kompletter Lautstärke ist das Lied für meine Kopfhörer echt leise warum auch immer ich muss mal gucken dass ich da ein bisschen was umstelle wieder ich hab dann, glaub ich, das letzte Mal raus irgendwas umgestellt bei mir aber was ich sagen kann oder was ich auf jeden Fall sagen möchte ist dass dieses Lied einfach absolut geil ist vor allen Dingen ist das glaube ich auch der erste Song von Takumi mit Yuji zusammen, ne müsste glaub ich der erste gewesen sein jetzt mit Yuji zusammen ich glaub vorher hatten die beiden noch keinen Song zusammen bin mir da aber grad unsicher keine Ahnung ähm ja trotzdem sehr sehr geiles Ding wie gesagt die Parts muss ich mir nochmal geben so kann sein, dass ich da noch ein bisschen Farben für koch aber geil trotzdem geil ja kennst du es auch alle Dinge im Leben sie leben in seinem Land sie leben in seinem Land sie leben in seinem Land es gibt Tage da fühl ich mich so einsam warum ist das für andere bloß so leicht man ey ey warum ist das so leicht man bis die innere Stimme meinem Herz versagt mach ich diesen Scheiß weiter und tue was mein Herz mir sagt was mein Herz mir sagt Dreh die Zeit zurück sag mir erkennst du es auch alle Dinge im Leben sie leben in seinem Land ey sie leben in seinem Land Dreh die Zeit zurück sag mir erkennst du es auch alle Dinge im Leben sie leben in seinem Land sie leben in seinem Land boah auch mit diesem ausklingenden Beat sehr was war das gerade auch mit diesem ausklingenden Beat jetzt hier am Ende sehr sehr geil kommt auch sehr sehr gut rüber ja das danke für dichs Werbung puh das war Afraid von TalkMeUDuty gönnt euch das Ding ich packe euch den Link unten natürlich in die Videobeschreibung ja wäre auch assi wenn ich es nicht tun würde ja ähm ja würde sagen dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder was auch immer ich dann hochlade lasst ein Like und ein Abo da dann würde ich sagen haut rein bis zum nächsten Mal bis dann tschüssi dann bis dann Bis zum nächsten Mal.